Hooray! Nein, nein, nein! Oh! Oh! Oh, zwei Herzen, ey! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft! Wunderbar! Ja, schön! Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und an jetzt ganz schnell schlafen gehen. Hier wangst. Oh, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich sehe kaum was im Dunkeln. Nicht, weil es auf Düsseldorf steht, sondern weil hier mein Fenster auf ist. Das mache ich mal kurz eben zu. So, super Einstieg für den Part. Äh, ja. Lass mich raus. Gut. So, äh, vielleicht cutte ich das doch raus. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das cutte ich raus. Die paar Sekunden, da muss ich euch jetzt nicht geben. Wunderbar! Ähm, ja. Stellt euch vor, ich muss nochmal zurück. Weil, ähm... Ich mir sicher bin, dass ich noch in meiner Burg ein paar Eisengitter habe. Um den Leuchtturm fertigzustellen. Das ist jetzt relativ viel Rumpferei hier, aber okay. Ah, hm, sorry. Kurz aufstoßen. Wird ja wohl mal erlaubt sein. So, jetzt fahren wir immer weiter geradeaus. Und ja. So. Na, was macht ihr heute noch so? Boah, das ist aber auch schon bestimmt immer voll langweilig zum Zusehen hier. Immer denselben Kram. Aber naja, ist ja wohl egal. Mir zumindest, haha. Naja, wie heute schon in Eurotag angesprochen, habe ich mir mein neues Mikrofon bestellt. Wer wissen will, äh, was das für ein Mikrofon ist, der kann gerne Eurotag Simulator 2, ähm, ja, schauen. Und ja. Ich freue mich richtig auf mein neues Mikro, weil, ja, das wird eine wesentlich bessere Soundqualität haben als mein jetziges. Und ja. Ab wann das so verfügbar sein wird, könnt ihr auch dem Eurotag Simulator 2 Part heute entnehmen. Also, gerne mal zuschalten. Und ja. Ich muss das jetzt nicht nochmal erzählen. Und zudem schaut ihr mehr meiner Videos. Hurra. Voll die, voll die klickgeile Masche hier. Aber ich trinke mal bitte kurz einen Schluck Wasser. Bäh. Jetzt fährt er wieder nicht. So. Gut. Haha. Fährt wieder. Jetzt kann ich schnell die Flasche zuschrauben hier. Und weiterfahren. Oh, da bekomme ich eine E-Mail. Ich möchte aber vorher noch einmal hier entlang schauen. Was denn hier ist. Das sieht, finde ich, sehr interessant aus. Ist das echt nur so eine winzige kleine Insel hier mit einem Baum drauf? Wo ist mein Boot? Wo ist mein Boot? Mein Boot ist weg. Da ist mein Boot. Was? Brennen wir da mal hin. Ist ja nicht mehr so weit. Bisschen Spawner. Ne. Sa-sa-oh. Warte mal. Ne. Seht jetzt auf den ersten Augenblick so aus. Gott sei Dank nicht. Das wäre sonst ein bisschen krank. So viel Spawner hier in letzter Zeit. Ja. Gut. Jetzt geht's direkt mal weiter hier. Oh, schade. Ich muss heute Abend noch um 20 Uhr Minecraft mit Guden aufnehmen. Habe ich eigentlich gesagt gar keine Lust drauf. Weil ich nur sehr, sehr ungerne nach 20 Uhr aufnehme. Ich versuche eigentlich immer alles vorher zu machen. Ja, ja. Ich die Nachbarn dann nicht störe. Und 20 Uhr ist für mich eigentlich immer so Freizeit. Vorher Schule. Und Aufnahmen machen und so. Und dann 20 Uhr ist eigentlich Freizeit. Und dann noch so ein Kram aufnehmen. Finde ich eigentlich nicht so toll. Aber nun ja. Er meint ja immer, er wäre weg. Und vor 18 Uhr kann ich halt nicht. Weil ich da selber für mich aufnehmen muss. Hä? Hier liegt noch Sand? Warum das denn? Lol. Weshalb? Äh, da verstehe ich nicht. Und noch einen EP-Ball? Hä? Ja. Soll mir recht sein. Gut, dann geht's da jetzt direkt hoch. Ah. Hier ist das ja so eine Art Treppe. Also da kann man schon relativ gut draufsteigen. So. Bist du ja jetzt auch mal Bescheid. Wie, 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 hier. Wie das ist so aufnahmetechnisch mit mir. Weil ich da eigentlich so viel gerne aufnehme. Ich finde es auch irgendwie nicht so schön, mehrere Parts an einem Tag aufzunehmen. Ich mag's lieber direkt an dem Tag vorher den Part aufzunehmen. Weil ich dann halbwegs Up-To-Date bin. Warum laufe ich denn lang? Hier sind doch die Kisten. Elf Eisengitter habe ich hier noch. Wow. Hat sich gelohnt, den halben Part dafür zu verklempern. So. Dann geht's wieder zurück. Wunderbar. Batsch. Geschafft. Haha. Cool. So. Und los. Ja, ich dachte jetzt, da wären noch mehr Eisengitter drin. Aber elf sind ja jetzt auch nicht schlecht, sag ich mal. Kann man ja mal verwenden. Und ja, dann komm, drück auf Gas, Chewie. War schneller. Ich fahr mal hier vorne hin. Weil ich dann ungefähr weiß, dass ich von hier aus nur noch geradeaus fahren muss. Und dann muss ich da nicht so lang fahren. So, so Kurven und so ein Kram. Kann ich hier direkt geradeaus fahren. Finde ich auch noch ganz angenehm. So. Da ist die Insel mit dem Baum. Und jetzt einmal hier die Drehung machen. Und jetzt immer nur noch geradeaus. So. Das ist wieder schön. Ich weiß gar nicht, wie groß diese Parts werden. Die dürften ja eigentlich, ehrlich gesagt, wirklich gar nicht so groß werden. Aber mal schauen. Ach ja, ich weiß, warum in letzter Zeit meine Parts wieder so groß werden. Normal. So. Dann werden die Parts nicht so groß. Ha. Und es läuft auch noch flüssig. Naja, flüssiger läuft es sowieso nicht, weil ich bei 40 Frames hier die Dingens hab. Die, die Begrenzung. Obwohl, ich könnte eigentlich auch mal mit 60 Frames aufnehmen. Mal schauen. Obwohl, ich renne ja sowieso nur mit 30 Frames. Boah, wer schreibt mich denn da jetzt an? Bannometer. Äh. Hier. Ganz nicht. Bin am aufnehmen und hochladen und rennen. Stern. So. Oh, herzlichen Glückwunsch. Schreibt mir YouTube. Das hab ich jetzt aktiviert. Äh. Ist das Texturenpack von dir, so wie es jetzt aussieht, fertig? Äh. Nein. Ach. Wollte ich nur noch mal die E-Mails direkt mitschecken. Ne, mein Texturenpaket ist noch nicht fertig. Ich bin schon lange, lange Zeit nicht mehr dazu gekommen, irgendwas dran zu arbeiten. Letzte war hier die Sandsteinänderung. Es kommen halt immer neue Änderungen dazu. Und irgendwann ist es dann halt komplett fertig. Ich muss mich da heute auch mal wieder hinsetzen. Oder morgen. Oder irgendwann. Und ein bisschen weiter Texturen bearbeiten. Aber vorerst geht es halt, äh, meine ich mal. Die groben Blöcke, die man jetzt so am meisten sieht. Holz, Erde, Stein. Sind jetzt einfach schon mal, äh, editiert. Und deswegen Sand jetzt auch noch. Also, da ist schon noch mal eine gewisse Personalität drin, wenn man das so nennen kann. Da ist unser Leuchtturm. Kommt aus dem Nebel heraus. Ah, hier oben die Grasdinge muss ich noch mal verändern. Genau. Und da sehe ich die zwei Fackeln. Und kavum. Boah. Alter, ja, halbes Leben Schaden gekriegt hier. Nur weil ich gegen die Wand da gefahren bin. Aber okay. Gut. Ah, Mann. Wo laufe ich denn hin? Ich wollte doch hier zum Leuchtturm. Und da oben mal die Eisengitter einsetzen. Weil so wie ich mir das jetzt ausmalen denke, könnte es ganz gut aussehen. Ich war ja erst nicht so überzeugt von den Eisengittern. Aber jetzt habe ich mir da halt so was überlegt. Und ich denke, das könnte ganz gut aussehen. Hören wir mal. So. Wäre fast runtergekippt. Äh, runtergekippt. Runtergefallen. Okay. Ja, also das geht. Ist jetzt natürlich nicht der Burner. Aber es geht, sag ich mal. Oh, nee. Nein, nein, nein. Oh. Oh. Boah, zwei Herzen, ey. Aber jetzt weiß ich's. Man überlebt's von dort oben. Ja, das ist ja schon mal toll. Ich muss mir jetzt einfach nochmal ein paar Eisengitter machen. Ich möchte ja auch was Produktives in der Party gemacht haben. Nicht nur hin und her gefahren. So. Und zwar. Weil ich brauch sechs pro Scheibe. Okay. Das reicht. Hab ich jetzt nur sechs Eisen dafür verbraucht? Das ist natürlich auch cool, dass da jetzt wirklich sechs in Eisengitter bei rauskommen, wenn man da sechs Eisen verbrät. Das finde ich gut. So. Ja. Sollte reichen. Genau. 13 brauche ich. Ich wette, ich hab da noch drei übrig. Sollte zumindest so sein. Aber. Ach, ich hab mich mal hier Gamescom-Karten jetzt informiert hier für Pressetag. Voll geil. Irgendwie viel teurer als die normalen Karten. Aber da darf's halt auch am Fachbesuchertag rein. Muss ich da nochmal schreiben, ob man das auch ohne... Ja, sag ich doch, ich hab drei übrig. Muss ich nochmal fragen, ob man das auch ohne Katalog bestellen kann. Vielleicht ist das billiger. Ja. So. Fertig. Mit Reddich. Nee, äh, komm. Geben wir uns mal die Kante. Machen wir hier... Ein auf coole Leute. Huda! Bam! Ah. Cool. Der Leuchtturm ist fertig. Oder sollte zumindest fast fertig sein. Gut. Ich geh nochmal hier... Schön zurück ins Lagerchen rein. Und geh dann da direkt mal pennen. Komm mal runter bitte. Dankeschön. Komm her. Eisen da rein. So. Und dann hier runter. Türchen auf. So, kann ich gleich nochmal schauen hier, wie viele NPCs jetzt hier unten im unterirdischen Dorf rumschimmeln. So. Volkszählung. Null. Eins. Zwei. Drei. Vier. Äh. Ja. Vier Leute wohnen hier. Schön. Ja, eins, zwei. Drei, vier. Alter. Was machen die denn jetzt hier alle bitte? Eins, zwei, drei, vier. Würde ich jetzt hier... Würde ich jetzt hier... Würde ich jetzt hier... Große NPC, äh... Gruppensex-Party. Nun ja, auf jeden Fall würde ich mich dann über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und dann sag ich direkt mal Tschüss, bis zum nächsten Part. Sod電ynamisch. Ich bin der, vier. Also los, пять. Also, nope. Wisst ihr, das ist hier... Nein, 15-t fade. Ich bin...